Herzlich willkommen zu Digital for Productivity, dem Podcast für produktive Digitalisierung. Von und mit Thorsten Jickel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer weiteren Episode von Digital for Productivity und heute mal mit einem Use Case zum Thema KI. Denn Sie wissen ja, Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz ist ja in aller Munde. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe jetzt letzte Woche Freitag auf einem Vortrag mal gefragt, wer kennt ChatGPT? Da haben natürlich alle aufgezeigt. Dann habe ich gefragt, wer nutzt ChatGPT3 oder wer hat es denn schon mal genutzt? Dann gehen schon einige Hände runter. Dann habe ich gefragt, wer nutzt es denn regelmäßig? Dann waren es schon weniger. Dann sagte ich, ja, wer nutzt denn regelmäßig ChatGPT4? Da blieben nicht mehr viel übrig. Und als ich dann gefragt habe, wer von Ihnen nutzt denn ChatGPT mit den Plugins? Dann meldete sich gerade noch mal einer. Ich werde in der nächsten Woche mal etwas erzählen zu ChatGPT4 und den Plugins. Ich möchte aber gerne davor noch mal einen Use Case Ihnen mitgeben, den ich vorgestellt habe in meinem Vortrag am Freitag und wo ich eine sehr interessante Reaktion dafür bekommen habe, beziehungsweise mehrere. Und zwar geht es um das Thema eines Chatbots zu bauen. Chatbots sind an und für sich nichts Neues. Das ist etwas, was wir schon länger kennen. Früher war es nur so, da musste man immer so eine If-That-Then-That-Logik eingeben. Das heißt, man musste sehr genau vorgeben, was der Chatbot bei welchen Fragen antworten sollte. Und heute mit KI ist das sehr viel einfacher. Das heißt, hier ist es so, dass man einfach einen Chatbot trainiert und dass dann dort auf dieser Basis entsprechend Antworten rauskommen. Und die waren bis vor kurzem noch relativ unbrauchbar und mittlerweile werden die sehr brauchbar. Diejenigen von Ihnen, die vielleicht schon mal mit ChatGPT experimentiert haben, die wissen, jawohl, wenn ich da was eingebe, kommt da schon was Vernünftiges bei raus. Ja, die Frage ist nur, wie kann ich das denn einbetten in eine Seite? Und hier gibt es ein Tool, das heißt Chatbase AI. Und Chatbase, die Idee ist, dass Sie dort eine eigene Webseite oder eigene Dokumente oder eigene Q&A-Fragen reinfüttern können. Und auf dieser Basis beantwortet Ihnen dieser Chatbot dann Fragen. Und das ist wirklich sehr gut. Und an diesem Beispiel eben, wo kann sowas Sinn machen? Ich hatte vorgestellt, dass es hier beispielsweise ja die Möglichkeit gibt, wenn Sie im Unternehmen eine IT-Hotline haben, werden ja immer die gleichen Fragen gestellt. Zu sagen, so, wie kann ich jetzt irgendwie in Teams meine Dateien synchronisieren? Wie kann ich den Energiesparmodus auf dem iPhone aktivieren? Und immer die gleichen Fragen. Und hier ist die Idee, dass Sie alle Ihre Support-Seiten, die Sie haben oder vielleicht auch öffentlich verfügbare Support-Seiten von Herstellern oder verfügbare Handbücher dort füttern können in einen Chatbot, der mit Chatbase AI erstellt wird. Und dann kann man diesen Chatbot einbinden. Entweder, dass man ihn in einem iFrame so einbettet, dass es praktisch ein Eingabefeld auf einer Seite gibt. Oder die zweite Variante ist, dass man so rechts unten auf der Webseite einbettet, wie Sie es vielleicht von vielen Webseiten her kennen. Und so einen eingebauten Chatbot. Und das Ganze war bis vor kurzem eben aus meiner Sicht noch nicht so wahnsinnig spannend. Und mittlerweile ist diese Qualität hervorragend geworden. Und jetzt gibt es sogar noch einen zusätzlichen Benefit, nämlich aktuell gibt es gerade einen Lifetime-Deal bei Absumo. Absumo, Sie wissen, habe ich ja schon mal vorgestellt, ist die Plattform, mit der Sie dort Software-Deals bekommen, die normalerweise relativ hohe monatliche Lizenzgebühren haben. Und die kriegen Sie dann öfter mal für einen Lifetime-Deal. Und jetzt gibt es noch einen Lifetime-Deal, der noch sechs Tage läuft. Heute ist der 20. Juni 2023. Sollten Sie dort den Podcast später hören, dann auch kein Problem. Dann gehen Sie auf die Seite von Chatbot, von Chatbase.ai und abonnieren es dann für den normalen Satz. Das ist natürlich teurer als der Lifetime-Deal, weil der Lifetime-Deal, hier empfehle ich Ihnen auch, die größere Variante zu kaufen. Dann zahlen Sie einmalig 159 Dollar, haben dann 5000 Nachrichten frei im Monat, können 40 Chatbots erstellen, bis zu 6 Millionen Zeichen. Und können das Ganze sogar noch mit OpenAI verbinden und dann haben Sie sogar unlimitierte Aufrufe, die Sie mit dabei haben. Ja, dazu brauchen Sie dann die bezahlte Version von Chat-GPT, die Sie auf der Seite entsprechend für 20 Dollar im Monat, das sind 23,80 Euro aktuell, abonnieren können. Das geht aber auch entsprechend so. Bei der bezahlten Variante haben Sie dann auch kein Chat-Based-Branding dabei. Das heißt dann komplett neutral. Intern sicherlich nicht so relevant. Aber wenn Sie es extern haben, wollen Sie vielleicht auch kein Chat-Based-Branding draufhaben. Und wir hatten das so, ich hatte das so vorgestellt, gezeigt und das Einfachste ist, Sie können einfach eine Webseite, vielleicht auch Ihre oder eine andere nehmen, als Quelle angeben. Und dann zieht sich das System alle Links, alle Unterlinks von dieser Seite entsprechend raus. Und dann können Sie wirklich alles fragen. Und wenn Sie dort viele Produktdokumentationen, Produktblätter draufhaben und so weiter, erzieht sich von der Seite nicht die Dokumente, aber alles, was auf den Webseiten steht. Und das Ganze ist wirklich sehr, sehr gut. Und da war eben beispielsweise ein Mitglied aus dem Führungskreis von Implenia mit dabei, aus der Tiefbaubranche. Und der sagt, genau mit diesem Tool hat unsere IT gerade das ganze Thema IT-Support signifikant vereinfacht. Und die User sind wirklich begeistert, weil sie sehr schnell 24 Stunden, sieben Tage die Woche eine Antwort auf Ihre Frage bekommen. Das heißt hier eine Möglichkeit, um einfach für Kunden oder für intern Kapazitäten freizubekommen für wertschaffendere Tätigkeiten. Also das ist wirklich ein Use Case, der hervorragend ist. Ich gebe Ihnen gerne noch einen zweiten Use Case, den wir dann im Nachgang dieser Veranstaltung mal diskutiert haben. Und zwar hatten wir auch dort solche personalisierten Videos uns angezeigt. Es gibt ja die Möglichkeit, dass Sie einen Text einsprechen und dann wird mit einem Avatar, sei es mit Ihnen oder mit jemand anderem, ein Video produziert. Das ist auf der einen Seite natürlich ganz witzig, gerade wenn man das vielleicht in andere Sprachen übersetzt, die man nicht spricht. Dann kann man dadurch sehr schön dort Übersetzungen sich sparen und hat eine sehr, sehr gute Qualität mittlerweile. Was ich aber sehr viel interessanter finde, ist, dass es Ihnen die Möglichkeit bietet, Videos zu hyperpersonalisieren. Es gibt einen Service, der heißt Be Human, also B und dann Human geschrieben. Und Be Human gab es vor kurzem auch ein Lifetime-Video von AppSumo, den gibt es mittlerweile nicht mehr. Aber auch so ist das Angebot attraktiv. Hier ist die Möglichkeit, dass Sie ein Video hochladen und der erzeugt dann automatisch ein Transkript. Und bei dem Video sprechen Sie eben Variablen ein. Also Sie sagen beispielsweise Hallo Name und immer, wenn dort Name als Variable kommt, wird das ersetzt durch einen Namen, den Sie dann per CSV-Datei hochladen. Das heißt, die Idee, die Sie dort haben können und hier war eben ein anderer Kollege in dieser Runde da, eben aus der Beleuchtungsbranche. Und hier war es so, dass der sagt, das ist eine coole Idee, wir haben 45.000 Planer. Das heißt, hier kann man beispielsweise auch ein hochqualitatives Video produzieren. Und wenn man das an 45.000 Leute verteilt, dann sind auch die Produitionskosten pro Kunde relativ gering. Und dann kann man es aber hyperpersonalisieren, indem man beispielsweise einmal ein Video dreht und dann wirklich 45.000 unterschiedliche persönliche Anreden daraus generieren lassen kann. Also das eben so zwei Use Cases im Bereich KI, weil ich erlebe ja immer, dass es viel Digital Know-how gibt, aber wenig Digital Do-how. Und meine Mission ist ja gerade, Führungskräfte, die aus meiner Sicht den größten Hebel haben, in die Lage zu versetzen, Dinge zu wissen, zu verstehen und dann einfach in ihre Organisation umzusetzen, weil dann hat man eben große Effekte, dass man beispielsweise eben Ressourcen spart durch das Thema Chatbots, wie eben mit Chatbase. Oder dass man hyperpersonalisieren kann in diesem Bereich, dass man es hochskalieren kann für große Mengen, weil das wäre von den Ressourcen her einfach so nicht mehr unbedingt leistbar. Wie immer finden Sie die Links zu dieser Episode in den Shownotes, einfach draufklicken oder schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an t.jekel.team.de Und sollten Sie ein Event bei sich im Hause haben oder eine Vertreterversammlung, wo Sie einen inspirierenden Redner zum Thema KI, die besten Tipps und Tricks, um es wirklich in der Praxis zu nutzen brauchen, dann freue ich mich, wenn Sie mich auch kontaktieren. Ich bereichere auch gerne Ihr Event. Das war eine weitere Episode von Digital for Productivity, dem Podcast für produktive Digitalisierung. Und immer daran denken, erst Hirn einschalten, dann Technik. Ihr Thorsten Jickel